Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Peller210479. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im LS17 auf der Björnholm-Map. Wir sind fleißig hier angeernten bzw. jetzt hier wieder sehen und düngen. Mal gucken, wie sieht das aus. Das wird jetzt fertig gemacht. Das ist im Wachstum Peller25, das kann gleich abgeerntet werden. Das ist abgeerntet. Warten wir jetzt bis hier. Fertig ist und dann... Ja, müssen wir mal gucken. Haben wir denn ein Schneidwerk oder sonst was? So, hier können wir nur an den Standard. Hier können wir den Mais machen. Nein. Hier können wir Flickenschweiner noch nichts machen. Da müssten wir dann quasi erst mal Sachen verkaufen bzw. hier einkaufen. zum Shop gehen. In den kleinen New Holland. Das kostet 24.000. Das kostet 13 Euro, die kann man alles ansehen. So, das könnten wir noch überlegen. Das muss man sonst den Mixern zulegen. Jetzt werden wir aber erst mal... So... Ja, lassen wir die Hölfer fahren. So, hier hatten wir schon die Sachen abgefahren. Und... Das wird sich nicht mehr interessieren. Ja, aber Sauberkeit 100%. Das hat geholfen. Graskraftfutter müssen wir dann mal wieder hinbringen. Bei Heuen ist die Schweine. Bestimmt, die brauchen Heu und Gras. Dann können wir das eigentlich schon mal... ... in den Schatten fahren. 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 Hier der IT-Warner... ... als Wechsellade-Anhänger. ... in den Schatten fahren. 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 Ach doch. Mal gucken, was war das Feuer am Stroh für die Schafe. ... so. ... in den Schatten fahren. ... in den Schatten fahren. ... in den Schatten fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt muss man aber angucken können. Oh, kann die Option. Okay. Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse das. Oh, ich habe 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 das. Stromer ins Holz reingefahren. So. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Pelle 21.04.79 zockt den LS-17 Pjornholm-Map. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar und abonniert mich. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss, euer Pelle.